Ankle Hops mit einer Stange auf euren Rücken Schnappt euch einfach eine Stange, am besten eine die 5 bis 10 Kilo wiegt Wir haben in dem Fall jetzt einfach eine SZ Stange genommen Die Ausführung bleibt die gleiche, durch die Stange am Rücken ist natürlich der Stress, den ihr auf eure Sprunggelenke legt, größer So dass sie dann auch eine Progression erfahren, eine Anpassung erfahren und entsprechend steifer werden und Kräfte besser übertragen können Konzentriert euch wieder auf schnelle, kurze Bodenkontakte, bleibt aufrecht Und die Bewegung nach vorne, die horizontale Bewegung nach vorne, sollte vornehmlich durch die Bewegung in den Sprunggelenken generiert werden